ARTLESS I.O. Wir haben gerade folgendes Problem und zwar, dass die Kette ist rausgefahren. Die Kette ist rausgefahren. Die Kette ist nicht wieder rein. Und wir müssen wieder gucken. Also das Problem ist gelöst, aber die Kette ist wieder rausgefahren. Weiter geht's. ARTLESS I.O. ARTLESS I.O. ARTLESS I.O. ARTLESS I.O. ARTLESS I.O. Bis zum nächsten Mal.